Kinder den 90er! Boah, Struppi, ich bin so froh, dass wir Freunde sind! Yo, Struppi! Ich bin auch mega froh, dass wir Freunde sind! Und ganz ehrlich, ich glaube, wir sind die besten Freunde aller Zeiten! Oh yeah! Wir sind die besten Freunde aller Zeiten! Es kann also nichts zwischen uns kommen, oder? Auf gar keinen Fall! Oh! Nintendo 64! Wie geil ist das denn? Oh! Eine Playstation 1! Wie geil ist das denn? Wie kannst du denn bitte eine Playstation 1 geiler finden als eine N64? Boah, Struppi, weil die Playstation einfach die geilsten Spiele der Welt hat! Struppi, nein! Wir spielen seit Jahren auf dem Nintendo! Egal ob Nintendo oder Super Nintendo! Und jetzt der N64! Das ist die Konsole der Zukunft! Die Konsole der 90er! Da wird die Playstation richtig gegen abstinken! Hä? Wie jetzt? Playstation und abstinken? Alter, wovon träumst du bitte nachts? Ganz ehrlich, wir haben auf Nintendo über Jahre hinweg nur Kinderspiele gespielt! Und auf der Playstation gibt's auch endlich Erwachsenenspiele! Oh yeah! Wie kannst du denn die Playstation einfach geiler finden? Auf Nintendo gibt's Mario! Das Maskottchen schlechthin! Da hat sogar Sonic, der schnellste Igel der Welt gegen abstinken müssen! Also wirklich jetzt! Boah! Struppi, wirklich! Dein Ernst? Die Playstation hat Lara Croft in Tomb Raider 1, 2 und 3! Lara Croft in Tomb Raider 1, 2 und 3! Ganz ehrlich, Struppi? Halt die Fresse! NOOOOO!